Als ob man mit Hotel-Internet so flüssig streamt. Er ist nicht im Hotel, Boys. Doch. Hotel Antonia. Das klingt so falsch, Alter. Hotel Antonia. Das klingt wirklich... Das klingt nach einer ganz anderen Institution, die ich hier gar nicht näher beleuchten möchte. Oh, im Hotel Antonia. Das ist ein sehr kleines Bett für ein Hotel, tatsächlich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das haben hier irgendwie alle Zimmer. Außer meins. Set Life. Du hast halt... Du hast halt einfach eine Couch. Ja, ich hab auch eine Couch. Aber ich hab auch einen kompletten Doppelwert hier stehen. Auf Ehre. Uh, ich bin Mr. Lover Lover. Ich bin Colin. Ich hab das Bankzimmer. Das Bankzimmer, Alter. Ist das unangenehm? Frage in den Chat. Chat antwortet. Ne, ist aber cool. Also kann ich vielleicht noch ein paar unnötige eines haben? Fortnite. Irgendwas, was man gar nicht gebrauchen kann. Das ist jetzt nicht schlecht, was ich hier hab, aber... Also eine Scar wär schon echt ehre. Kaderchen. Das ist komplett unnötig. Wieso macht man das? Gott, verdammte Nose-Skins, die meine kaputten Ding-Barb. Uäh. Ich hasse es. Ihr habt mich verstanden, oder? Ihr wisst ganz genau, worüber ich rede. Okay, Rewi, komm. Komm mal her. Komm mal runter jetzt. Da fangen wir mal holen raus. Komm mal runter jetzt. Was ist da los? Ja, komm runter. Was denn? Komm mal hoch. Okay, ich komm hoch. Gönn dir, gönn dir. Danke dir. Ehre, Alter. Guck mal. Ich hab mich vorhin kam. Ich war, ist hingelaufen. Was geht hier eigentlich ab? Ich weiß nicht. Ich war gerade ein bisschen überfordert. Ich hab gerade mit einem Augen im Chat geguckt und dann... Ja. Unglaublich. Weiß Maus, Alter. Ich komm damit nicht klar, Mann. Ey. Die ziehen uns so auseinander. Mann. Ey, es kann doch nicht... ...sein. Mann. Ich komm mir nicht klar, Digga. Ich komm mir einfach nicht klar. Ich muss die Maus so richtig seltsam rumreißen und sowas. Oh Mann, ich wär' ich gern. Jetzt an meinem eigenen Setup zu Hause. Weiß mir das nicht alle. Weiß mir das nicht alle. Du wohnst hier. Du bist dann da am eigenen Setup zu Hause. Es gibt keine... Abgenommen. Bitte? Abgenommen hat sie. Okay. Wie hat sie das überlebt, Digga? Wie hat sie das überlebt? Ich hab ihr in den Kopf geschossen. Ich hab ihr nochmal in den... Ich hab ihr Gottfrau noch mal in den Kopf geschossen. Wie überlegt man... Wie überlegt man... Wie überlegt man... Wie überlegt man einen Kopfschuss? Meinst du? Ich hackst, ja. Wie hat Gottmode angehabt? Deswegen ist sie in der Nachdenke gestorben. Alter, sie hat Creative Mode. Ich wusste schon... Ich wusste schon anfangs an. Ich kann nicht mehr mal sprinten. Irgendwie ist hier alles gerade bei mir broke. Ich weiß nicht. Ach, Chat, Alter. Was tue ich mir hier an? Für euch, Alter. Wisst ihr? Für euch. Hier. Nein, du hast... Ich hab ihn sogar vorbereitet. Ich hab ihm 64er-Hetze angegeben. Alter, das wäre fast noch meiner gewesen. Hätte ich nicht drauf geschossen, hätte sie nicht bekommen. Ei, 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 Leute. Ei, ei. Ei, 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 ei. Boah, ich bin echt ein bisschen müde. Ich glaube, ich punche vielleicht jetzt mal selber ins Gesicht. Soll ich jetzt ins Gesicht punchen? Hm? Soll ich dich verschlagen jetzt kurz? Nein. Nein, 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 nein. Nee, es passt nicht. Passt. Was denn? Nein. Au. Ihr habt mich gebuxt. Autsch. Colin. Colin. So. Colin, warum? Das hast du verdient. Ich will, dass du wach bist. Du sollst nicht müde sein, bitte. Du hast gesagt, das Einzige, was dir hilft in deinem Leben, ist Schlag ins Gesicht. Aua. Aua. Vielleicht, das muss das sein. Du hast die ganzen Rechner jetzt vollgespuckt. Nicht nur das, Digga. Beim Reden. Ich hab keine Hose an. Ich schwitz hier überall. Alles voll. Das ist aber schon nice eigentlich. Maximal ehrenlos eklig, was ich hier mache. Ich hätte schon Bock auf sowas eigentlich. Oh mein Gott, dann nimm dir. Ein Gegner, oder? Ja, Digga. Leck hin auf, leck hin auf. Ja. Ja. Als ob du ihn hast. Wirklich? Oh mein Gott, Alter. Das ist meine Waffe, Bro. Das ist meine Waffe jetzt, okay? Mich wegnehmen, bitte. Was denn? Achso, der kriecht noch oder was? Nee, ich hab ihn umgebracht. Ich hab seine Waffe. Ich hab auch ganz vergessen, dass wir nicht in Respawn-Modus spielen, ich Idiot. Ich bin einfach blind links drauf und hab ihn einfach tot geknüppelt. Aber das ist kein Respawn-Modus. Nein. Ich bin einfach blind. Alles voll zu lassen. Oh mein Gott, ich hätte ihn eigentlich direkt draußen sein können, weißt du das? So wie ich den Kader schicke. Ja, aber stand da nicht irgendwas von wegen Schwertern? Komm mal zu mir, Bruder, schnell. Hab ihn knocked? Find ich ihn weg, Bro. Find ich ihn weg. Hey, was ist das für ein OP-Kram, Alter? Was? Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Guck mal hier, guck mal, Bro. Ich muss rüberkommen jetzt mal. Okay, schauen wir jetzt mal hier das Haus an, okay? Ja. Hä? Kann man das immer weitermachen? Das ist ja komplett OP, Alter. Ja. Just build, Knoll. Ja, macht ja, ey. Okay. Besonders dieser Typ kommt, der wird reingesprungen, ist jetzt mal instant tot. Kann man trotzdem noch riften? Warte noch nicht. Ich mach mal mit zur Zeit. Komm mal her. Der Kopp. 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 Machst du den, oder? Alter, was ist das für... Hä? Was haben die sich dabei gedacht? Das war ja mal im normalen Game drin, das Item, ne? Als normale Waffe. Als normale Waffe, ja. Ja, aber ich... Ultra-OP. Wie lange findet ihr? Wie lange brauchst du? Bruder... Bruder... Was? Ja, ich weiß nicht, noch ein bisschen, weil ich kann noch ein bisschen daumen, dass ich da bin. Ah! Einer! Hier ist noch irgendeiner. Nein, er kennt mich, er kennt mich. Nein, er kennt mich, er kennt mich. Er kennt mich. Er kennt mich, er kennt mich. Er kennt mich, er kennt mich. Gebt mich seine Ehre! Ja! Alter! Jürgen... Das war stark. Was ist das für ein Item? Ich will jetzt auch. Vielleicht will auch so ein Schwert. Gibt Schwert... Gegner! Gibt Schwert! Bruder, nein! Ich hole mich damit zum Sprinnen, Alter! Ein Gegner! Ja, ruhig dich! Diese Zeit ist einfach übelstark! Diese Zeit ist einfach übelstark! Das ist einfach nur der Tür! Hä?! Hier stand halt mein Haus, ne? Da war es. Du hast jetzt nice den Loot, glaube ich, oder? Ja, ja. Sehr stark. Ah, nein, nein. Ey, das ist einfach nur dran. Man kann Dekin eigentlich komplett eigenes Video was machen. Rewe Regen und Fortanstreifen. Das ist einfach nur anders. Das hatte ich ja mal so als Item drin. Ich habe damals nicht gespielt. Hat es halt so krass. Okay, lass mal in die Zone gehen, Bruder. Von denen, von denen, von denen. Echt jetzt? Ja, ich habe sie runtergeholt. Aber direkt hinter mir. Der hat ein Schwert, der hat ein Schwert. Nein, der bin ich nicht. Du bist der Sack. Kommt hier jetzt einfach mal her. Nein. Ja, ich bin es. Ah, fuck, Alter, das Schwert. Das haben sich zwei Schwerter. Das war ein Kultus-Vierer-Spot. Und, ah, guck mal, was es heute im Item-Shop hier gibt. Katerchen, übrigens, danke für das Geschenk hier, Bruder. Für die Herzensspannweite. Vielen Dank, Mann. Ja, komm, den muss ich mir auf jeden Fall mal kaufen. Der muss auf jeden Fall mal sein, der Kleider. Der ist auf jeden Fall wichtig. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, meine Freunde, ich hatte auf jeden Fall eine Menge, Menge Spaß mit dir. Es hat sauviel Bock gemacht. Schaut auf jeden Fall mal gerne beim Colin vorbei. Not Colin. Warte mal, wo ist er? Not Colin. Wir können auf jeden Fall mal reinfolgen, meine Freunde. Ja, das ist auch stark. Okay, Leute. Schaut auf jeden Fall mal hier gerne bei Not Colin vorbei. Folgt mir auf jeden Fall mal bei Twitch rein, Leute. Folgt mir auf jeden Fall mal auf Twitch rein. Ich bedanke mich auf jeden Fall für diesen mega nice Stream, Leute. Vielen, vielen Dank. Es hat echt sauviel Spaß. Wir haben ein riesiges Shoutout an Antonia, an Colin, an Simon, an alle Leute hier von der Insel, Alter. Nur nicht an Noah, weil der ist absolut unnötig, Leute. Schaut auf jeden Fall, wie gesagt, bei Reefed und dem guten Colin und beim Noah später auf YouTube vorbei. Denn die streamen dann später noch mit Simon ein bisschen Mario Party. Ist das richtig? Nee, nicht Mario Party, sondern Smash, ne? Vielleicht bin ich da auch nochmal am Start. Vielleicht gehe ich nochmal schnell zum Simon und hole mich mal auf die Schnauze. Schauen wir mal an, Freunde. Ich kann auf jeden Fall nur wärmstens empfehlen, später mal bei Colin, Reefed und Halbzwilling auf YouTube vorbeizugucken. Macht's gut, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und dann sehen wir uns später vielleicht beim Simon oder bei Colin oder bei Reefed oder bei Halbzwilling. Im Stream. In diesem Sinne, meine Freunde, macht's gut. Hau da rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.